Hallo, hier sind wieder Patrick und Christian von Acker. Hallo zusammen. Und heute wollen wir gerne die wichtigsten Fragen zu unserem Night Out mit euch klären. Ja Christian, erste Frage, wichtigste Frage, was ist Night Out? Night Out sind unsere Starterbakterien im Sortiment. Sie enthalten lebende Bakterienstämme, also praktisch nitrifizierende Bakterienstämme. Das Tolle an diesen Produkt ist dran. Die Bakterienstämme sind selektierte Brackwasserstämme. Das bedeutet, dass sie sowohl im Meer wie im Süßwasser einsetzbar sind. Die haben auch ihr Optimum in der Abbauleistung bei ca. 25 Grad. So wie es eigentlich in den meisten Aquarien vorherrscht. Weil es gibt zum Beispiel viele Mittelwerberprodukte, die nutzen tropische Bakterienstämme. Tropische Bakterienstämme haben Optimum in der Abbauleistung, sagen wir mal, erst bei über 30 Grad. Was fast keinem Aquarium hat. Okay, erkennt man natürlich auch dran, blaues Etikett. Heißt, Meerwasser, Süßwasser bei uns. Genau. Ansonsten Grün oder Magenta. Ja, die Frage stellt sich ja fast nicht. Aber trotzdem, Starterbakterien, ab wann verwende ich das Produkt? Zum Start des Aquariums. Das war jetzt die Masterfrage. Ja, wichtig ist natürlich beim Night Out immer, warum brauche ich Starterbakterien? Schnelleres Besetzen mit Fischen ist ein Punkt. Es ist halt am Anfang, man hat halt immer das Problem mit Ammonium, Ammoniak, was dann zu Nitrit umgewandelt wird. Und um das praktisch zu verhindern und um die Fische nicht zu vergiften, sagen wir es mal so, nutzt man dann eben Night Out als Starterbakterien. Kann man das ungefähr sagen, wann ich dann mit Fischen besetzen kann, im Meerwasser und Süßwasser? Fische kann man im Grunde sofort besetzen. Ich würde am Anfang halt langsam besetzen, das Produkt hinzugeben, am besten in der Anfangszeit, jeden zweiten Tag. Und dann praktisch im Besatz langsam steigern. Und immer regelmäßig schön die Wasserwerte messen, aber dann sollte es da keine Probleme geben. Okay, also kann ich mir damit im Prinzip die klassische Einfahrmethode sparen und habe noch im Labor ausgeklügelte Formeln mit drin, dass ich sage, ich weiß, ich habe das Maximum an nützlichen Bakterien für die Nitrifikation im Becken. Zusammen mit Special Blend habe ich dann die Nitrifikation auch noch geschlossen. Genau, dann stehe ich mein Kreislauf wieder. Und dann kann im biologischen Sinne das Aquarium perfekt starten. Nichts mehr passieren. Nichts mehr passieren, das will man hören. Wichtige, oft gestellte Frage, Abschäumer, Ozon, UV, was darf an sein, was soll ausgeschaltet werden, wie lange? Also Abschäumer kann ganz normal weiterlaufen. Ozon und UV sollte für circa sechs Stunden ausgeschaltet werden. Okay, bis die Bakterien an den Siedlungsflächen sind. Genau, bis sich die Bakterien am Anfang mal etabliert haben, aber dann kann er ganz normal wieder eingeschaltet werden. Okay. Was manche mal beobachtet haben oder was dann eine Rückmeldung kam, wenn in dem Produkt selbst weiße Flocken sind, ist das ein Qualitätsmanko? Hat das irgendwas zu sagen? Wodurch entstehen diese? Also diese weißen Flocken ist im Grunde wie, man muss sich das vorstellen, wie eine Nahrungsquelle für die Bakterien, weil die Bakterien in der Flasche lebend sind. Und einfach, um die aufrechtzuerhalten, sind diese weißen Flocken in der Flasche. Also völlig bedenkenlos. Absolut harmlos. Einfach zu verwenden. Perfekt. Das heißt, mit Nidot 2, perfekter Aquarienstart. Genau. Und dann eben nach großem Wasser wechseln und bei Neubesatz immer nochmal einmalig hinzugeben, aber ansonsten das Produkt für den Start mit Special Blend zusammen. Genau. Ja, viele kennen natürlich unsere Produkte auch von der Geschichte mit den Cyanos. Cyanoplage, häufiges Problem im Aquarium. So kommen auch einige auf unsere Produkte, weil wir da eben als biologische Variante dagegen empfohlen werden. Wir sagen ja immer dazu, Garantie gibt es leider nicht. Garantie gibt es leider nicht, weil es muss halt, sage ich immer mal, das ganze Grundgerüst erst passen vom Aquarium. Aber sag ich mal, wenn die Biologie oder so gestört ist, dann hilft auf jeden Fall das Nidot in Kombination mit dem Special Blend. Okay. Spezielle Anleitungen haben wir natürlich für euch auf unserer Website zur Verfügung. Könnt euch runterladen. Einfach gehalten. Aber in den allermeisten Fällen eine effektive, nachhaltige Lösung, damit eben... Auf jeden Fall. Also ich sage mal, eine nachhaltige Lösung ohne jeglichen Einsatz von Chemie. Genau, ich sage auch immer zu den Kunden, Cyanoplage ist weg, aber das Aquarium läuft weiter. Gibt natürlich auch Produkte, da blitzt es kurz auf. Cyanos sind sofort weg, aber meistens ist auch das Hobby dann beendet. Genau. Genau. Ja, wir hoffen, wir konnten einige eurer Fragen zu Nidot 2 klären. Wenn ihr noch weitere habt, bitte auf unseren Social Media Kanälen, per E-Mail, per Telefon einfach melden. Wir stehen immer parat. Und ansonsten sagen wir Tschüss, bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.